Und das hat, keine Ahnung, einen Titel und der Titel ist... Und dann haben wir noch ein bisschen Bodytext. Und der Bodytext ist... Das ist jetzt unser Dokument, das wir in so einen Suchindex reinschreiben. Was jetzt passiert ist, dass Elasticsearch das ja einfach kommentarlos annimmt. Und fängt dann an, so etwas wie ein Mapping zu machen. Das heißt, ich stelle fest, ich habe bei ID beim ersten Mal eine 12 bekommen, dann wird das wohl ein Integer sein. Bei Title habe ich ein String bekommen, dann wird das ein String rein. Und Bodytext war halt auch String, wo das System rein ist. Jetzt passiert folgendes. In Elasticsearch rennt ein sogenannter Analyzer los. Und der Analyzer geht hin und demontiert hier zum Beispiel den Text, den wir Ihnen hier reinreichen. Das heißt, der baut auch Wortstämme. Das bedeutet, ist jetzt stark vereinfacht, dass bei Bodytext sowas rauskommt. Bodytext besteht aus dem Wort wir, besteht aus dem Wort fahren. Alle ist ein Stop-Word. Und also, interessiert uns nicht, trachten wir nicht, schicke und irgendwie, ob wir einen Bindestich davor oder so, ich bin schon wieder voll im Jammelsünntakt. So, das ist ja das, was Elasticsearch an der Stelle erstmal findet. Was dann passiert, ist, dass er hier hingeht und sagt, Autos, Plural, 100%, Auto, Singular, 80% Treffer. Das bedeutet, wenn ihr nach Auto sucht, dann geht der hin und liefert euch auch den Treffer mit Autos, also mit dem Plural, aber eben auch mit dem Singular, nur mit einer unterschiedlichen Gewichtung. Das kann man noch deutlich weiter treiben, diese ganze Synonym-Geschichte. Ich gebe euch mal ein schönes Beispiel. Kernkraftwerk, Atomkraftwerk, AKB. Beschreibt alles das Gleiche. Und da geht halt der Indexer hin und klamüsert durch diese ganzen Daten durch. Und macht dann halt mit Wortstellen, etc. Aber darum ist es im Übrigen auch so richtig, Elasticsearch in einem Mapping mitzuteilen, in welcher Sprache das gerade unterwegs ist. Weil es durchaus sein kann, dass wenn ihr deutschen Copy-Text auf dem englischen Analyzer loslässt, da komische Dinge passiert. Um dieses Problem zu lösen, nämlich dass Elasticsearch hier oben mit dem Dokument qualifiziert rät, weil was anderes macht das nicht, kann man ein Mapping Elasticsearch mitgeben. Wo man halt kippungklar sagt, pass auf, das Property-Title ist ein String, aber bitte analysier den nicht. Sondern nimm den genau so mit, wie er ist. Und ein Beispiel wäre mal aus unserem Ticket-System, da gibt es ein Status-Property, und da steht dann zum Beispiel sowas drin wie Open. Das ist jetzt relativ einfach, weil der Analyzer wird da Open stehen lassen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel in Elasticsearch auch danach aggregiert, ich weiß nicht, hat jemand den Begriff Facetten mal gehört? Facette ist totaler Schwachsinn, der Begriff ist von vorne bis hinten so falsch, das ist eine Aggregation. Wir kopieren Datensätze nach etwas, Aggregation. Das heißt, wenn ihr nach so etwas aggregiert, bekommt ihr exakt diesen Wert zurück. Das ist verhältnismäßig simpel. Jetzt machen wir mal ein Tricky-Beispiel. Was passiert jetzt? Jetzt ist der Analyzer nämlich losgelaufen und hat die Worte auseinandergeschrieben. Das bedeutet, ihr kriegt auf dem Document-Match in der Aggregation 50 mal Mi und 50 mal Feedback. Weil das für den unterschiedliche Aggregationen ist. Was auch total Sinn macht, nachdem man einen Tag lang Daten inkopiert hat. Und darum sind eben diese Mappings in Elasticsearch so wichtig, dass man dem Indexer und dem Analyzer mitteilt, wie er Daten auseinanderzusammeln hat. Jetzt ist das so, dass diese ganze Analysegeschichte, also Worte auseinanderschneiden, Wortstände bilden etc., das passiert ja beim Reinschreiben. Das heißt, die Daten liegen dann einmal schon denormalisiert vor. Die kriegt ihr nie wieder zusammen. Das heißt, ihr müsst die Daten neu eingeben ins System. Und ich habe einen Importer gebaut, der gerade gesamte Forge importiert. Das sind so 84.000 Tickets. Forge ist eine Ruby-Anwendung, ist ein Redmine, das glänzt ja eh immer durch Performance. Und das heißt, ein Import dauert bei mir im Moment um die 16 Stunden. Das ist halt voll scheiße, wenn man nachher feststellt, dass man sich bei einem Mapping vertragen hat. Weil das bedeutet nämlich, alle Leute im Curtin-Channel so und so. Und, wie sieht es aus mit Forge? Ja, lustige Geschichte. Müssen wir nochmal machen, kriegst du morgen. Und nach dem 4. kriegst du morgen, wird das Verhältnis auch ein bisschen angespannt. Also, der Dota-Zusage, das ist kurz drin, ist ja in der Tat noch nett. Aber gerade bei Kundenbrauten ist das manchmal ein bisschen problematisch. Ganz gemein ist im Übrigen auch, wenn man hier so Geschichten hat, ich könnte es mir jetzt vorstellen, ein Live-Beispiel, dass man News-Artikel nach Autor durchaggregiert. Und dann fängt Elasticsearch an, Wortstämmer auf den Nachnamen des Autors zu bilden. Da stehen so Leute gar nicht drauf, wenn man den Nachnamen von denen verboscht wird. Und fragt mich nicht, warum ich das weiß. Anyways. Was man also machen muss, ist, Elasticsearch-Mapping mitgeben. Das ist tatsächlich nichts anderes als ein stumpfes Array. Das haben wir, ich hoffe, dass man das jetzt hier sehen kann. Moment, kundig, Elastic-Con. Ich greife ein bisschen flug. Genau, ich nehme hier auch mal Issues. Ich versuche das mal ein bisschen größer zu machen. So sieht so ein Mapping. Das ist natürlich jetzt ein bisschen low-wet. Ich will gucken, ob das hier besser geht. Ja, ein bisschen. Also wir machen das alles in YAML, weil we YAML. Und das ist aber im Prinzip nichts weiter als ein JSON, das wir Elasticsearch über das REST-API rüberpumpen. Und da haben wir halt ein Mapping definiert. Wichtig ist zu verstehen, ihr müsst nicht alles mappen. Also wenn ihr, keine Ahnung, 20 Body-Fact-Felder haben würde in einem Dokument, auch geht ja. Und ihr sagt, nur eins davon soll er bitte nicht analysieren. Dann müsst ihr ein Mapping theoretisch nur das eine Feld angeben. Das lohnt sich dann, wenn man sich viele Feinde im eigenen Entwicklungsteam machen will. Weil keiner mehr weiß, was für Daten überhaupt wirklich im Index stehen. Jetzt kommt das ganze Thema Elastic-Con irgendwie ins Spiel. Das ist ein lustiges Fahren. Ich will den Korn mal hier ein bisschen größer machen. Wir sehen ein bisschen größer. So, das heißt, wenn man das aufruft, das hat Susi sich gewünscht, dass da ein Appen geht. Ach, fuck you, Lowrest. Oh, scheiße. So, wie kriegt man das jetzt? Das ist ein bisschen Appearance. Appearance ist es, glaube ich. Da kann man ja nicht irgendwo Backdown irgendwie, gibt es hier nicht irgendwas, den nochmal hält. Colors. So, Preset ist eine gute Idee. Das... Ja, ja. Schön, jetzt muss ich mich dann komplett dran. Jetzt kann ich hier nichts mehr lesen. Oh, mein ZS-Sport, sei Dank. Okay. Genau, also ihr ruft das Ding auf und dann könnt ihr das wieder Susis ASCII einroren, weil muss halt sein. Und was ihr mit Elasticon machen könnt, ist, dass ihr einen, da seht ihr hier an den Kommandos, ihr könnt mit Index init einen Index komplett aufsetzen lassen für euch. Und jetzt kommt der Trick. Und jetzt muss ich überlegen, ob ich das, das ist ein Whiteboard. Ja. Habe ich schnell drin? Dann versuche ich das irgendwo anders darzustellen. Was Elasticon im Prinzip macht ist, ihr wollt einen, eure Anwendung heißt Forger. Also, unsere heißt jetzt gerade so. Was Elasticon macht, ist hingehen und einen Index anlegen, der Forger A heißt und einen zweiten anlegen, der... Ach, Alter. So. Der Forger B heißt und gleichzeitig ein Symmlink zu setzen. Also, ich nenne das jetzt mal Symmlink, in Elasticsearch heißt das Alias. Auf den A-Index. Das heißt, das ist der, der gerade produktiv ist. Der andere ist leer, da sind auch keine Dokumente drin, der ist wirklich nur auf Standby. Und der Trick ist jetzt folgender. Ihr könnt in eurer Anwendung immer Forger ansprechen über diesen Alias. Und wenn ihr Elasticsearch aufruft und Elasticsearch findet oder merkt, dass es Changes gibt zwischen dem Mapping, das der Index hat und dem, das ihr gerne hättet, also das ist schön charmant, geht der hin, schaltet, wechselt intern auf den Standby-Index, packt das Mapping drauf und macht dann einen Bulk-Request zwischen den beiden Indizes und zieht alle Daten rüber in den Standby-Index, wo ja das neue Mapping ist. Und dadurch indexiert er die Sachen auch neu und wenn er damit fertig ist, setzt er den Alias wieder um. Da kann man sich ja sagen, was passiert, wenn in der Zwischenzeit Daten importiert werden? Also ihr müsst euch schon noch selber drum kümmern, dass der Index gelockt wird für Schreibbildfresses für die Zeit. Das ist halt eure Baustelle an der Stelle. Auf der anderen Seite, der Forger-Index ist, der ist jetzt nicht wahnsinnig groß, das sind so 4 Gig oder so, das macht er in ungefähr 15 Sekunden. Und 15 Sekunden darf die Anwendung dann im Zweifel auch noch weg sein. Das Charmante ist, dass das natürlich nur Schreibzugriffe betrifft, weil diese Zugriffe können wir ja nach wie vor abfordern auf das System. Und das ist im Prinzip, was Elasticorn an der Stelle macht, wenn ihr sagt, setzt mir mal einen neuen Index auf und danach remappt ihn mal. Das heißt, wenn sich am Mapping was geändert hat. Das Charmante ist, weil wir vorher immer prüfen, wie der Live-Zustand des Mappings ist mit eurer Konfiguration und wenn nichts zu tun ist, legt sich Elasticorn halt auch sofort wieder schlafen, könnt ihr das direkt in eure CI-Prozesse einbauen und einfach immer ausführen. Das ist tatsächlich ganz charmant. So, Tor-Ordner-Struktur. Wir sind hier in einer Laravel-Anwendung, weil vor allem Laravel ist. Und da gibt es einen Ordner, der Elasticorn heißt. Hier drin gibt es mehrere Unterordner. Das ist der Name von eurem Index, wie ihr den später haben wollt. Also auch so, wie eure Applikation den anspricht. Wie ihr hier seht, baut das System hier schon direkt zwei Indexe für uns auf. Nämlich einen für das Server-Team und einen für das Core-Team. Wenn wir da reingucken, gibt es eine Index-Configuration-Jammel. Wo wir einfach nur sagen, wie viele Charts wollen wir haben, wie viele Replikas wollen wir haben. Und dann gibt es hier die Document-Types. Jetzt hoffe ich, dass das... Das ist ein bisschen heller, ne? Das ist genau das. Das ist ein bisschen was Jammel, wie wir es eben auch schon hatten. Wo wir sagen, okay, das Projekt hat eine Unterproperty Name vom Typ Keyword. Für die, die vielleicht mit einer alten Elastic-Search-Version noch arbeiten. Früher hieß das Type-String-Index-Not-Analyzed, glaube ich. Genau, das ist schon wieder ein bisschen länger her. Und Store-2. Und da sich herausgestellt hat, dass jeder, der einfach will, dass der Analyzer nicht loskommt, über diese drei Zeilen geschrieben hat, haben die das jetzt in Version 5 aufwärts einfach nur noch Keywords genannt, was ich persönlich auch im Gestand auch ein bisschen charmanter finde. So. Was ihr hier auch sehen könnt, wir haben jetzt hier im Prinzip schon nested Properties, die halt durchgehen. Was ich hier habe, ist, Tracker ist streng genommen, müsste es eigentlich, selber schlechtes Beispiel. Genau, ne? Also der Tracker selber ist vom Typ Integer und der hat nochmal ein Sub-Property. Das ist ein bisschen spook, wie das sowas in Elastic-Search geht. Aber wir haben ihn hier nicht dokumentiert, weil Packet ist ein Integer. Und ihr seht, dass wir eigentlich hier an der Stelle auch nur hingehen und ein paar Kleinigkeiten machen und irgendwie Keywords setzen. Das ist halt einfach, analysiert das nicht. Ich finde es exakt so arm, wie wir es reingeschrieben haben. Wir setzen ein paar Datumsformate fixed, damit wir die einfach am Start haben. Und, ach guck, hier unten ist sogar noch was altes. Das kann direkt weg. Das ist total praktisch. So. Und jetzt können wir sagen, wie das Elasticon zu beschieben ist. Und jetzt geht er hin und Remap fröhlich. Vorsicht hin. Das heißt, ihr seht, er hat jetzt einen Unterschied gefunden zwischen dem Mapping, das ich gerne hätte und dem Mapping, das ist. Analisiert das. Hat jetzt schon alle Daten rüberkopiert. Also das geht verhältnismäßig flott und das ist jetzt nicht irgendwie die potenteste Maschine auf der Welt. Also das geht jetzt auf dem Live-Server, geht das nochmal eine ganze Ecke flotter. Genau. Server-Team-Forgery-Mapping ist auch schon mit fertig. Und das Warten-Effekt. So. Das ist, was Elasticon primär macht. Und das macht einfach das Management von Elasticsearch-Projekten, finden wir zumindest total einfach, weil wir haben Elasticsearch im Einsatz auf Forger, auf der Typo3.com, auf so ein paar anderen Geschichten, über die ich noch nicht sprechen kann. Und irgendwie haben wir festgestellt, dass wir in jeder Anwendung dasselbe Zeug bauen. Nämlich, also so Application Setup. Und wurde dann den Index anlegt und so weiter. Und dann haben wir gesagt, nee, das entkoppeln wir. Wir wollen, dass unsere Applikationen mit der Config kommen. Und Elasticon schnappt sich die von irgendwo und führt die aus. Das heißt, ihr müsst nicht in jede eurer Anwendungen reinbauen, dass ein Index angelegt wird, dass dann ein Messing geflied wird. Also wir sind ja auch Debs, wir sind ja auch nur faul. Das ist ja unser Beruf. Und das ist halt total charmant, weil es streng genommen sogar komplett plattformagnostisch ist. Also ihr könnt das auch benutzen, um eure Node.js-Anwendungen, eure Indizes zu verwalten oder ähnliches. Also das hat auch überhaupt nichts mit Typo zu tun. Wenn man einfach Standalone fahrt, könnt ihr euch irgendwie herunterladen von der GitHub-Geschichte. Das hat so lustige Sachen wie Self-Update und so, weil wir das mal ausprobieren wollten, wie das überhaupt geht. Und so weiter. Oh, und wenn wir jetzt einfach nochmal gucken, was das Ding nämlich noch kann. Vielleicht habt ihr ja schon einen Elasticsearch-Index und sagt, oh, das wäre jetzt aber voll cool, wenn wir das auf Elastic-On umbauen könnten. Dafür gibt es das Cornify-Kommando. Wie mir einfach nur mitgibt, wie der Index heißen soll. Und dann generiert er euch die YAML-Files aus dem bestehenden Mapping. Das ist also ganz charmant, wenn man irgendwo so ein paar Indizes rumliegen hat. Ich meine, das haben wir ja auch nur eingebaut, weil wir es selber auch an 10 Stellen hatten. Das ist tatsächlich ganz charmant. Was ihr sonst noch machen könnt, einfach nur aus Interesse. Ihr könnt ein Mapping-Compare. Also nach dem Motto, wie sieht meine Config aus, wie ist das Lightning? Also ohne, dass er das alles ausführt, ist halt wie ein Dry Run. Das ist dann ganz praktisch, wenn man mal so, weiß ich nicht, sechs Monate nicht mehr an dem Projekt war und sich mal angucken will, was in der Zwischenzeit die Kollegen entwickelt haben. Damit man sich da einfach so ein bisschen besser reinfinden kann. Oh, und was wir letzte Woche eingebaut haben, ist, dass ihr einen Dokumententyp truncaten könnt. Das ging früher, dass man sowas machen konnte, wie ich hoffe, dass man das lesen kann. Wir wissen ja, ist ja alles super, ist REST. Das heißt, ich hätte jetzt hier Forger Interactions. Das ist ja mein Datentyp. Wenn ich jetzt hier sage, HTTP-Delete, dann hätte ich erwartet, dass er mir den gesamten Type rauslöscht aus meinen Daten. Macht er nicht mehr. Stattdessen müsst ihr tatsächlich hingehen und eine Delete-Query abschicken gegen einen neuen Endpunkt. Und das ist total nervig, wenn man so Sachen hat. Also das sieht man ja hier, weiß nicht, ob man die Zahl sieht. Aber das sind alle Interaktionen, die jemals auf unserem Review-System stattgefunden haben. Das sind halt 320.000 Stück. Und die Einzelnen über einen Identifier zu löschen, ist nicht so geil. Und dauert einfach ewig lang. Und darum haben wir jetzt einfach eingebaut, dass man über das Type-Trunkate-Kommando, die man einfach mitteilen kann, pass auf, macht bitte in dem Index den Daten drüben, hau alle Dokumente weg. Das ist einfach so zum Entwickeln, gerade wenn man dann die Imports schreibt. Weil, also zumindest geht mir das so, ich bin da mit meinem Importer fertig, also fertig. Habe dann so 150.000 Records drin und während der so importiert, weil das dauert ja auch eine Weile, gucke ich drauf und sage mir, eigentlich wäre geil, wenn ich das Feld da auch noch mit drin hätte. Oder eigentlich wäre cool, wenn ich da nicht Edit-Patch-Set geschrieben hätte, sondern Patch-Set. Und da bin ich halt, vorher musste ich immer hingehen und musste halt den kompletten Index wegtreten, meine Types neu reinpacken und das ist halt dann besonders nervig, wenn man so Sachen hat wie Forger bei uns. Weil Forger nämlich hingeht und sagt, wenn es das Dokument eines Issues von Redmine noch nicht in seinem eigenen Index gibt, dann schickt doch mal eine Slack-Message, dass da jemand ein neues Ticket gemacht hat. Wenn man jetzt den Type leert, dann geht auf Slack gut die Post ab. Und da muss man fairerweise dazu sagen, dass das Slack-Team jemanden dann auch auf Twitter anschreibt und fragt, ob das so gedacht ist, dass da pro Sekunde 40 Messages in Slack reingepunkten werden, alle in einen Channel. und fragt mich auch nicht, warum ich das weiß. Darum ist das total praktisch, weil hier haben wir jetzt was, wir haben im Prinzip mit den Interaktionen, wie man hier sieht, einen komplett neuen Typ irgendwie eingeführt auf Forger. Und wenn ich da drin mal einzelne Sachen löschen möchte, dann ist das total doof, den ganzen Index wegzutreten und nochmal zwölf Stunden irgendwie Daten zu importieren. So, das Schlimme ist, das war's, mehr macht das nicht. Wir haben, wenn euch interessiert, wie ihr an den Kram drankommt, es gibt Elastikon-T-Shirt, das ist auch wichtig. Susi wollte Pferde. Ja, aber find mal echte Fotos von Einhörnern. Darum haben wir uns auf ein Pferd geeinigt, das ich so in den Anschnitt gesetzt habe, dass ihr euch, ihr müsst euch das einrollen, also das wird ja sowieso nicht gut drüber. Wenn ihr euch das selber anguckt, dann werdet ihr feststellen, dass da ein Pferd im Hintergrund ist. Das Ding ist, ist irgendwie erfrischend dokumentiert. Hätten wir selber nicht gedacht. Genau, ihr könnt es euch halt auch hier, das sieht man auch, wenn ihr es, wenn ihr es über Composer installieren wollt, das geht halt auch global. Ihr könnt es auch, wenn ihr unbedingt wollt, in jedes Projekt einzeln reinziehen. Versionsnummer-Philosophie ist, unsere Major Version Number geht einher mit Elastic Search Major Version Number. Das heißt, wenn ihr ein Elastic Search 2 noch irgendwo im Einsatz habt, dann holt euch halt Version 2X von Elastic. Wenn ihr eine 5 im Einsatz habt, nehmt dann die 5. Das werden wir da auch weiter durchziehen, weil das tatsächlich relativ überschaubar ist. Ganz wichtig, dafür müsste ich aber glaube ich mal auf die Gitarre, ich meine, wer jetzt irgendwo eine Gitarre hat. Ne, haben wir nicht. Das ist auch so ein kleines Ding, was ich Leuten noch mal mitgeben kann. Wir haben im Docs-Folder, liegt halt das fertige Fahr und der Public Key dazu. Wenn ihr verschiedene Versionen parallel installieren wollt, dann ladet euch ein Elastic Horn H runter und benennt die um in Elastic Horn 5 Fahr, wenn ihr die 5er Version in dem Fall drin habt. Dann ist wichtig, dass der Public Key genau so heißt, wie das Fahr davor. Das wussten wir vorher auch nicht. Der Public Key ist tatsächlich derselbe, aber er sucht nach mein-datei-name.pubtich. Dann könnt ihr euch einfach die beiden Elastic Horn Varianten nebeneinander packen. So, und mehr kann das Ding überhaupt nicht. Darum wollte ich eigentlich die erste Session haben, weil die wir immer zu spät anfangen haben. Habt ihr es gerade? Bitte. Ist Elastic Search in generellem Stelle aber als Zauber? Hängt vom Use Case ab. Ich benutze Elastic Search hauptsächlich aus dem Grund, dass es einfacher zu clustern ist. Also, Elastic Search ist halt, also die Idee ist einfach, wenn du Solar clusterst, musst du Solar halt Bescheid sagen, so, hallo, das ist dein Cluster, du bist ein neuer Server in dem Cluster, du musst ja alles konzentrieren. Das ist so wie MySQL Clustering in Schlimm. Und Elastic Search geht halt hin und sagt, nö, weil für solche Clustering-Mechanismen gibt es Technologie, die ist proven und die heißt TCP. Das heißt, du feuerst einfach 40 Elastic Search Nodes im gleichen Subnet hoch, dann clustern die sich von alleine. Und das ist halt das, also nicht, dass ich jetzt 40 Nodes vorrichte gerade, aber wir haben durchaus schon den Fall gehabt, dass wir Anwendungen gebaut haben, wo wir den kompletten Content über den Elastic Search ausgeliefert haben. Und da war es halt schon praktisch, dass wenn du so TV-Schalten gemacht hast, so, das ist immer so der Hauptwerbeblock Sportschau, da hast du richtig Last auf das Thema. Und wenn der Werbeblock dann auch noch aussagt, geh jetzt auf unsere Webseite, um kostenlos Schiff zu gewinnen, hast du halt richtig Last auf den Dingern. Da fand ich es ganz praktisch, dass ich einfach im Interview und sagen konnte, okay, für wann ist der Werbespot gescheduled? Irgendwie, keine Ahnung, 22.08 Uhr. Dann wussten wir, okay, wir fahren eine Viertelstunde vorher einfach nochmal 20, 30 Boxen hoch, einfach um die Last abzufedern und haben die halt eine halbe Stunde später wieder runtergebracht. Und das halt ohne, dass ich jetzt groß mich mit Deployment-Stuff irgendwie befassen muss und Server-Nummerierungen. Und das ist gerade, wenn du, jetzt wird es richtig kompliziert, wenn du Elastic Scaling benutzt, was nichts mit Elastic Search zu tun hat, aber wenn du einfach sagst, dass dein Cloud-Provider seine Computing-Power scalen soll, so wie der Demand da ist. Jetzt hat das noch App Engine mal, oder AWS auch, eigentlich macht das sowieso alle, du kannst dahingehend ganz sagen, mach, dass die Seite immer läuft und mach, dass keine Boxen mehr als ein Load von 1,2 hat. Und dann fangen die an im Hintergrund und die Kissen würde ich hoch. Da finde ich es tatsächlich ganz praktisch, dass du halt nicht durch diese ganzen Solar-Deployment-Ringe hüpfen musst mit Server-ID konfigurieren und so. Und ich finde es charmanter. Also ich, das ist halt JSON von A bis Z. Ich mag diese Solar-Syntax nicht, aber das ist komplett subjective. Das machst du halt selber. Also jetzt halt ein Indexer laufen. Also ich kann dir mal ein Live-Beispiel zeigen. Also interessiert das noch mehr? Ich habe heute überhaupt keine Erfahrungen mit Elasticsearch. Das Schlimme ist, wenn du dich einmal zu Hause damit anfängst, auseinanderzusetzen, willst du auch... Das ist dieses... Wenn du nur einen Hammer hast, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Weil du auf einmal alles in die Elasticsearch indexieren willst. Weil hey, was kann man hier für kürzlichen Shit brauchen? Ich habe Elasticsearch-Indizis auf meinem Rechner rumliegen. Ich weiß nur noch nicht, worum ich... Ich bin bescheuert. Ich habe irgendwann aus Langeweile angefangen, die komplette Item-Database von World of Warcraft zu importieren. Weil... Einfach, weil es geht. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen wollte. Ich kann dir jetzt noch... Ich kann dir alle Items aus WoW raushauen, gruppiert nach Item-Level, Stärke-Requirements und Waffenart. Wofür? Frag mich nicht. Keine Ahnung. Aber ich habe es. Und ich... Also mir macht es zumindest Spaß, mit vielen Daten zu arbeiten. Es gibt eine offizielle PHP-Indizis und dann... die Elasticsearch-Indizis und dann kann ich mir das... was es genau wieder heißen. Ich muss auch hin... Es gibt eine offizielle und die ist scheiße und es gibt Elastica und die ist nur nicht offiziell. Und damit kannst du auf jeden Fall dann auch eine Arrays praktisch als PHP-Arrays, die heißt, genau so wie der... Hier wird es lustig. Ich habe eine Volltext-Suche gebaut für die Typo3.com und die besteht aus einem... aus einem Druck. Relativ trivial. Der geht im Constructor hin und macht halt Elasticsearch-Utility, so nennen wir das. Einfach, das ist der Ort, die Connection. Das haben wir halt auch zentralisiert, weil das verschiedene Dinger gehen, verschiedene Dinger haben, die sich mit dem Ding connecten. Dann holen wir uns einmal die Sprache, in der wir gerade bei uns im Frontend unterwegs sind, weil Typo3.com läuft ja in irgendwie die sieben Fragen. Und gehen dann auf den entsprechenden Index. Und was ich dann hier mache, ist einfach hingehen und sage, okay, wenn Typo die Seite in den Cache packt, dann regegse ich hier ein bisschen rum. Das ist hier dieses Sanitize-Face-URL. Das ist das eine, wo der ein bisschen aufräumt und dann passt er den Stuff durch. Und was ich mache, ich schaffe mir alle Headlines, die er findet und concatenate die einfach. Und dann schaffe ich mir alle Bodytext-Sachen und concatenate die einfach. Ich habe hier noch so ein bisschen Magic drin mit. Und man kann, oh, geil, kann ich nichts lesen. Fuck. Ähm. 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 Doch gut. Mein Arsch. Das reicht eigentlich. So. Das habe ich auch keine Ahnung. Da gibt es auch garantiert Präferent. Und dann gibt es bestimmt irgendwo. Das war sehr hilfreich. Das war wert. Das war sehr hilfreich. High Contrast. Das war sehr hilfreich. Das war sehr hilfreich. Kann man die eigentlich durchskippen? Ah, besser. So, nur dass das nicht ist, was ich wollte, sondern wir wollten ja Integro-Icon und Ex-Search klären. Achso, ne, umbenennen wollte ich eigentlich nicht. Es wäre nur die Solar-Extension Also, jetzt kommen immer wieder Leute und sagen, kannst du sowas wie Solar nicht mal bauen Auf Elastic-Search-Phase ist nicht so klar Aber wer bezahlt das? Genau. Hier, worauf ich rausbeuten Jetzt kann man es auch sehen. Also ich mach im Prinzip an der Stelle wo typische Seite in den Cache packt nichts anderes als das Ding zu parseln. Das ist nämlich hier wo sind wir? Da. Ich hab das Gefühl, dass die Typo3-Community immer älter wird. Hörst du immer mehr? Lauter! Hörst du immer mehr? Hörst du immer mehr? Ich parke den Stuff einfach und da mach ich nichts weiter als mir hier irgendwie Headlines rausbecken und so den Search Start und Search End Stuff zu arbeiten damit wir in Extensions hingehen können und nochmal ein bisschen granularer sein können so hier bitte in den Index einpacken hier nicht. Und mehr mach ich an der Stelle tatsächlich nicht. Und geh dann halt zum Schluss hin und sag das ist jetzt hier die bereits von Roland erwähnte Elastica Library sag ich halt mach mir ein neues Document hol dir den Type Page und füge das Ding hinzu. Und das mach ich halt wann immer der Cache neu aufgebaut wird das ist dann relativ stressfrei. Und das was wir hier oben noch haben es gibt noch einen Data Händler, der macht aber auch nichts wildes der geht einfach nur hin und guckt nach ob es ein Update ist und ob jemand die Seite auch auf Hidden gesetzt hat oder die No Search Slack gesetzt hat nachträglich oder Frontend-Rub gesetzt hat oder die Start-Time sich geändert hat etc. und dann donnert der den Kram halt aus dem Search Ending. Ne, ist das nicht. Also das ist jetzt komplett mit Wasser gekommen an der Schiene. Und auch so ist es ja was aber in 100% der Fälle der Fall ist weil jeder Redakteur von uns sich wenigstens einmal anguckt was er gerade gemacht hat. Ich sag halt, bei uns funktioniert das und das ist by all means nicht die Mutter aller Search Ending. Also das ist halt aber die haben wir halt irgendwie in 4 Stunden zusammen genagelt nur um den Kram da irgendwie dran zu fliegen. Weil ja das reicht halt bei uns bei der Superversion aber das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort fällt mir dabei gerade auf. Ich hab tatsächlich noch was zu Elastikon was ich voll komplett damit habe. Ähm und zwar haben wir hier unsere ähm unsere Elastikon Konfiguration und genau wir sagen ganz quasi auf oberster Ebene dass wir insgesamt diese Indizes brauchen. Ähm oder diese Sprachen brauchen. Und was wir machen ist, dass wir ähm einen Index bekommen Typo3 unterstrich com unterstrich live unterstrich englisch unterstrich a unterstrich b am Ende für diese Standby Geschichte wo wir eben von vornherein mitteilen in welcher Sprache er den Copy Text zu analysieren Das ist auch noch ganz praktisch. Das heißt wenn ihr das hab ich völlig durchgegangen ähm wenn ihr wenn ihr mehrsprachig mit euren Projekten arbeitet müsst ihr einfach nur hier an einer Stelle ähm die Sprachen anlegen und das wird dann halt runtervererbt auf alle alle Tochter-Equenz, die sich dann da auserstellen. Das ist einfach eine Convenience-Geschichte das was wo ihr sonst zu Fuß tippt ähm dann habt ihr jetzt nur einen Hundert was für euch reden Das ist äh was wir an der Stelle haben Oh noch mehr Fragen? Wieder so ein Rundown ne? Keiner weiß Bescheid Ja das ist ja schön dann sind wir ja total 50 wenn wir jetzt alle Mechanismen gehen Top! Applaus 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 Aber darum hab ich ja früher Schluss gemacht dass wir jetzt runtergehen also wir sind die erste Verteilung Applaus Das wird ja ganz gut das fällt von bleiben Applaus Applaus Das ist ja tolles Zufall Ähm Das ist ja tolles Zufall Das ist schon mal ein paar Arschwörter Ja vor allem Arschwörter Ja vor allem Arschwörter Ja eben halt auch über dieses Getrick und den Hinkbeifen Das ist halt immer eine Freize unbedingt oder Freize unbedingt oder Freize Komm mal ich bin auch nicht so ganz die Rundown mit diesen Tablets die die ähm ähm äh Vielen Dank. 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 Vielen Dank.